Wir alle sind Sportler und ich denke, dass Vielseitigkeit wichtig ist, weil so alle Kulturen zusammen Sport treiben können, gegeneinander antreten, vielleicht auch Erfahrungen austauschen können und so, dass alles das Beste in der Gesellschaft zusammenbleibt. Ja, ich denke ebenfalls, dass wir alle voneinander lernen können und einfach die andere Kultur dadurch besser kennenlernen können. Ja, ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel mein Sport-LK. Ja, das kommt ja auch aus mehreren Nationen, also es sind auch zum Beispiel aus Türken dabei und es macht auch viel Spaß mit denen und wir lachen mal. Ich habe auch lange Zeit Basketball gespielt und da waren auch viele Leute aus anderen Ländern dabei und das hat auch total Spaß gemacht. Damit erweitert man einfach so ein Horizont.